Wo sind die? Sie sind gerade ein ausrektes Fahrzeug. Du hast doch gesagt, ihr hättet es zerstören sollen. Zu weit weg. Wow, wow, wow. Jetzt kommen die FS aber rein. Mist, wo kommt das her? Das Ding verfolgt uns. Da steht doch mal das Fahrzeug jetzt. Achtung, hinter das Alarmente. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Hilfe! Wir sind vor den grünen Rauch reingefahren. Hier brauchen wir einen Medic für Jan-Henrik. Medic zu Jan-Henrik. Wir brauchen einen Medic bei der Grille sofort. Das Feinfahrzeug wird voll im grünen Rauch. Wenn es weiterfährt, rastig aus. Dann geht es weiter. Das ist ein Lachbis-Fahrzeug. Steht doch jetzt weiter in dieses scheiß Fahrzeug. da vorne hockt auch noch einer sind die medics leute wo sind die medics tobi seppe zerstört das fahrzeug auf geht's wie ist mir egal fahrzeug haus weg stell deine maske auf du depp ihr seid raus fahrzeug zerstört fahrzeug raus insassen auch hey ihr seid tot da ist einer in den wald gelaufen pass auf die sitzen da unten drin siehst sie mit dem hellen kopf da hinten der fahrzeug vorfahren und rotz den feuer bitte so leute angriff auf den pusten der link warte da sitzt er ja ab ihn gib auf junge hier gibts doch nicht wer war das tobi hörst du mich da ist da ist dass die einen medic an der grille gerne getroffen da ist ist da ist Es gibt keinen Medik mehr! Alles klar. Siehst du? Ich bin raus. Ich bitte meinen Rucksack vom Fotografen nach vorne. Wie viel Munition ist da oben noch drin? Die müsste noch gut halb voll sein. Die Flasche macht mir langsam Sorgen. Wir haben aber noch eine mit, irgendwo. Jetzt ist es schla... Du hast noch ein heller Kopf im Gebüsch. Da kann schon viel verdrehen. Lass mal, lass mal. Die müssen da rein. Die Flasche sind ganz schön. Die Flasche sind ganz schön. Das ist ein Heller.